Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Heute ist Tag 4 von der Foto-Challenge. Mal gucken, was ich heute ziehe. Das wird heute meine Aufgabe sein. Und es ist Geräuschkulisse. Geräuschkulisse. Da bin ich nochmal gespannt. Wer jetzt selber die Chance haben möchte, die 30-Tage-Foto-Challenge mitzumachen mit seinen eigenen Ideen, pausiert jetzt das Video und geht raus, fotografiert die Challenge. Weil ab jetzt ist zu sehen, was meine Idee ist und wie ich es umsetze. Wer davon sich nicht beeinflussen lassen will, stoppt es jetzt, macht es selber, fotografiert es und wenn man das mit mir teilen möchte, benutzt gerne den Hashtag oder markiert mich in den Storys und dann jetzt viel Spaß mit dem Video oder beim selber ausprobieren. Moin. Die heutige Foto-Challenge ist ja Geräuschkulisse. Und was fällt mir da ganz klar ein zur Geräuschkulisse? Ein Stadion. Das gibt auf jeden Fall eine Geräuschkulisse. Leider ist heute kein Spiel. Das war gestern. Aber es ist Wochenende, es ist Sonntag. Und das fällt mir eigentlich am besten dazu ein zur Geräuschkulisse. Also, let's go. Lass uns da ein paar Fotos machen. Leider kommen wir heute nicht rein. Aber von außen kriegt man schon auch coole Fotos hin. Let's go. Nachdem ich die erste Idee mit dem Stadion so schnell im Kopf hatte, kam mir dann, kurz bevor ich arbeiten musste, die Idee, was ist denn auch noch laut? Was ist die Geräuschkulisse schlechthin? Autos, Verkehr. Also, habe ich einfach einen Auspuff gefilmt als Symbol für den ganzen Verkehr als Geräuschkulisse. Auch wenn die Idee mit dem Stadion ganz in Ordnung war, ist, glaube ich, mein finales Bild für diesen Tag das vom Auspuff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017